Es gibt einen Alt-Karpenner. Das ist untergegangen, jetzt haben wir einen Neu-Karpenner. Einen wunderschönen guten Tag. Das war schon die Erklärung zum neuen Set. Ihr Lieben, willkommen zum Hitpick. Willkommen zu Streets of New Karpenner oder Straßen von Neu-Karpenner. Das nehmen wir jetzt die liebe Nele. Die hat das YouTube-Video bei unserem Spenden-Stream ersteigert. Danke nochmal dafür, für deine Teilnahme, für das Ganze. Willkommen zum Hitpick, zum neuen Set, was morgen am Freitag released wird. Wir gehen da mal rein. Collect das Bootstrap. Bis gleich. Ein wunderschönen guten Tag. Servus YouTube, was geht? Ihr habt es gerade schon gesehen. Ich habe die liebe Nele bei mir. Hallo Nele. Hi. Willkommen in unserem Studio. Ja. Die Nele hat das Video, den YouTube-Platz, ersteigert. Danke, habe ich schon gesagt. Ich habe mit meinem Mann reingetalkt. Okay, perfekt. Aber jetzt habe ich jemanden an meiner Seite, selbst Magic-Spieler. Ja. Und zwar, glaube ich, ich sehe dich immer bei allen Magic-Events. Kann das sein, dass du alle Formate spielst? Ich spiele fast alle Formate. Also ich habe ein Modern-Deck, das ich relativ regelmäßig spiele. Normalerweise spielt man zu 90% Commander. Und ja, ich habe ein Pioneer-Deck, das gebaut wurde, aber glaube ich, noch nie gespielt wurde. Okay. Bedeutet, mit dir habe ich eigentlich Wissen an meiner Seite. Ich will es hoffen. Das könnte der erste Magic-Hit-Pick werden, wo ich wirklich nicht nur jemanden nehme, der denkt, der weiß was, sondern wirklich ein aktiver Spieler an meiner Seite. Ja. Okay, Straßen von Neu-Kerpenner. Neu-Kerpenner. Okay, bedeutet, hast du gerade schon erklärt, es gibt auch schon mal ein altes. Genau. Es war wohl so, dass dieses alte Kerpenner von Phorexia überrannt wurde. Die Engel und Dämonen haben sich zusammengeschlossen, haben die vertrieben und haben dann allerdings an die Dämonen, die Engel, wie man das von Dämonen halt auch erwartet, hintergangen. Haben die vertrieben und haben ein paar Leute sich rausgesucht und haben halt Neu-Kerpenner gegründet. Das ist prinzipiell eine riesige Start. Okay. Ihr hört, ich habe das erste Mal wirklich das geballte Wissen neben mir. Das hätte jetzt wieder jemand anderes vermutlich nicht gewusst. Wir haben ein Collectors Display. Ich schneide das mal vorsichtig auf und wir schauen, dass mal die Booster-Artworks ein, weil irgendwas mit Häuser, oder? Ja, es gibt fünf verschiedene Häuser, weil es sehr bestreifarbig und alle, die kannst auch in die, ja, das sind die Gala-Begrüßer, die gibt es in jeder Sprache immer mit einem eigenen Art-Wörter. Das heißt, den gibt es so nur auf Deutsch? Den gibt es so nur auf Deutsch. Die haben alle... Und der ist dann auch begehrt? Möglicherweise nicht bei uns, aber in anderen Ländern, falls jemand wirklich die komplette Sammlung haben will. Echt? Ja. Also es gibt es in jeder Sprache mit eigenem Artwork, wo auch auf die jeweilige Sprache dann gemünzt ist. Also in Japan sind so ganz traditionelle Kimono-Mädels drauf und in China sind so chinesische traditionelle Kleider. Also... Aber die Artworks werden... Okay, es sind keine verschiedenen Artworks, oder sehe ich das doch falsch? Ja, ein Sammelbooster ja leider nie. Bei den anderen ist es aber so. Ja. Ich habe wieder was gelb. Wir haben 2, 4, 6, insgesamt 12. Das bedeutet für jeden von uns 6. Und wir sind beim Hitpick und ich habe die Nele vor Palmen nun schon gefragt, ob die eine Idee... Ich bin verrückt, ich habe ein Haar vom Auge. Also, ob die Nele eine Idee hat für das Hashtag des heutigen Tages, des heutigen Videos. Hast du da was? Noch nicht. Das brauchen wir. Hashtag, was können wir nehmen? Hashtag New Companion. Finde ich gut. Hashtag New Companion. Also, für alle, die das erste Mal hier sind, Hitpick bedeutet, die Nele und ich machen jetzt abwechslend Booster für Booster auf, zeigen euch die Karten, breiten die auch kurzzeitig hier aus. Und ihr könnt am Ende des Videos, wenn ihr das Video komplett geschaut habt, da unten in den Kommentaren Hashtag New Companion schreiben. Und die Karte gibt es bei verschiedenen Karten... Ja, es gibt ja auch Altart, verschiedene Rarities, genau die Karte, die ihr wollt. Also, ist es ein Altart, ist es die Rarity dazu. Könnt ihr das Hashtag schreiben? Ist es der Praetor auf Forexianisch, falls man aufmachen? Was Nele sagt. Genau diese Karte, genau beschreiben den Namen, von mir aus auch auf, ist es mir egal, vulkanisch. Und diese Karte könnt ihr dann am kommenden Montag um 19 Uhr bei uns im Stream gewinnen. Da losen wir das immer aus. Und dann gehen wir doch mal ins erste Booster. Ich würde das erste Booster, würde ich dir gönnen. Cool. Da sind wir mal gespannt. Jetzt bin ich gespannt. Also, alles ist voll, weil Collectors Booster bedeutet, ich werde dir immer alles gleich lieben, weil ich so ein Kranke mein bin. Das ist aber nett. Soll ich das auch machen bei dir? Alter, ich hasse Collectors Booster. Echt? Das bin ich schwer aufzumachen? Diesen Scheiße aufzumachen seit zwei Sets. Hat sie nicht gesagt. Sie sind sehr schlecht aufzumachen seit zwei Sets. Ich mag die zu. Kann dir da auch helfen? Nö, das geht. Die nachfolgende Sendung verzögert sich um. So, ich bin gespannt. Du darfst gern was zu den Karten sagen, weil ich kann ja zu den Karten nichts sagen. Gut, ich kann dazu sagen, dass das ein Doppel, dass das ein schönes... Guckt mal, ich zoom euch da mal noch näher an die Karte. Genau. Genau. Also wir haben einen botanischen Tag. Also einfach nur ein, ja einfach nur ins Hauptland. Und eine Abrisskolonne, einen Kabaretti eingeweihter. Das ist praktisch eine von den Familien. Okay. Die Kabarettis. Ja. Die Italiener vermutlich, hm? Man erlegte sich nicht mit den Kabarettis an. Könnte man jetzt so behaupten. Ist das alles so ein bisschen mafiamäßig? Die sind alle mafiamäßig. Ja. Alle. Das sind alles Untergrund, Leute. Der geschickte Dieb. Ja. Dann haben wir den Aufräumdruck. Dann haben wir... Den ruft mein Wimmer. Den Kabaretti von dem an und weggemacht hat. Okay. Dann... Es gibt wieder besondere, schöne Fullart-Länder. Oh, die sind hier so ein bisschen Slums-mäßig, ne? Hier so Ghetto. Je weiter unten du in der Stadt bist, desto... Glammhaftiger wird's, hm? Dann haben wir hier diesen botanischen Garten nochmal in Special Art. Aber der ist jetzt nicht voll. Nein. Aber der ist trotzdem special. Genau. Das ist halt die Special Art von diesem... Das soll halt dieses Klamouröse sein. Haben wir halt. Wurzeln. Für Klamouröse Geächtete. Genau. Dann haben wir den hier und dann haben wir die erste Wutweg. Aber jetzt sind die Sparer aus der Nächsten-Familie? Ähm... Nein, die sollten... Tatsächlich hatten sie, glaube ich, nur eine im Deutschen umbenannt. Ähm... Okay, weiter geht's. Wir haben die erste Musik. Treffen der Fünf. Treffen der Fünf. Die von Sporze. Genau. Fünffarbig! Ja, die ist fünffarbig. Boah. Also wahrscheinlich auch nur Commander spielbar. Okay. Dann haben wir eine Commander-Einzelkarte. Die ist saukur. Legendäre Kredator. Elf-Truide. Der Benni-Brax, der Zoologe. Ja. Also die wird den Commander definitiv ein Schwert kriegen. Okay, cool. Weiter geht's. Ja. Dann... Akana-Beschuss. Noch eine Mythic. Habe ich gerade einen Booster mit drei Mythics aufgemacht. Tja. Wer kann, der kann, oder? Ja. Dann... Das ist A-Commander, das sehe ich schon. Hat das nicht... Also die kann man als Commander spielen, weil es eine legendäre Kreatur ist. Okay. Und dann haben wir die gleiche nochmal, nur in diesem... Die Evelyn. Ja. Die Hartgierige. Ja. Und ein Schatz. Und ein Schatz. Ein Toast. Ist ja immerhin ein Toast. Ah, das ist ein Toast. Ein Toastengel, ne? Falls der Dirk die Videos schaut. Dirk. Ein Toastengel. Das finde ich... Okay. Also wie gesagt, seid aufmerksam können. Wir lassen uns da ein bisschen Zeit, dann wird das Video eben ein bisschen länger. Aber merkt euch diese Karte. Schreibt es euch auf. Crowd vor und zurück. Ist mir egal. Und schreibt darunter, was ihr wollt. Ich bin dran. Okay, ich und Magic. Oha. Ladendokal der Obscura. Ja, das ist die andere. Eine weitere Familie. Die Obscura. Die Obscuras klingt wie Harry Potter. Das sind, wenn ich es noch richtig weiß, auch tatsächlich alles Power. Ja, ja, ja. Obscura war doch, aber hieß es nicht so. Egal. Brokers Veteran. Das sind die nächste. Die Brokers. Ja. Das sind die mit Geld. Ja, das sind praktisch alle. Das sind alles so Rechtsanwälte und die schreiben Verträge. Und wenn du dich nicht an die Verträge hältst, bist du beim Fischen. Teilweise im wahrsten Sinne des Wortes. Okay. Maskierte Banditen. Die dürfen nicht fehlen in der Gangster-Szene. Nein. Die Show-Magierin, die in der Mitte durchgelegt sind. Glitzernde Schatzhalte. Ja. Sieht aus wie bei Smokes. Du bist ja. Dann haben wir die Fische. Die Länder sind schon richtig schön. Sieht aus wie unter dem Rain-Tower in Gotham. Hafenviertel. Das ist praktisch wieder so ein Zweifel-Halbungsland, wo getappt reinkommt im Special Art. Der Leichenbeschauer. Okay. Geschick. Oh, der geschickte Dieb mit der Schwerte aus der GEO. Okay. Leichenwäsche. Die muss man doch nicht sauberen wollen. Der sieht aber eher aus wie Pirat. Egal. Müffig. Nur zu irgendwo. Ich würde mich freuen, wenn es ein Pirat wäre. Ich bin Pirate. Ja. Verwittwerter Wächter. Verwittwerter. 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 Kampfmanipulation. Verohrgeboxt. Nashorn. Okay. Aufstieg der Maestros. Die Maestros sind dann die. Ja. Taten. Ja, die wohnen mit am obersten. Und das sind die Assassinen und gleichzeitig aber auch die Kunstmetzen. Der hat das größte Museum. Warum auch immer. Maestros. Danny Maestros. Wendetür. Ein Feuil. Schick. Und eine Katze. Ja. Katzen sind mein natürlicher Feind. Habe ich das schon mal erwähnt? Nein. Das habe ich noch nicht gehört. Katzen sind mein natürlicher Feind. Warum das denn? Ich weiß, aber ich hasse Katzen. Und Katzen hassen nichts. Ich bin verfechtert der Meinung, dass Katzen versuchen, die Weltherrschaft an sich zu reisen. Nicht Eichwörtern. Katzen. Habe ich in dem Film Cats and Dogs gesehen? Nein, leider nicht. Katzen. Ich glaube nicht, Katzen sind, dass die auf den roten Knopf drücken werden. Okay. Okay, weiter geht's. Dann haben wir eine Dame mit Begleitung. Aha. Dann haben wir einen Feuillengel. Dirk. Dirk. Paragon der Moderne. Genau. Dann haben wir einen Hilfsagent. Eine Plasma-Schweißerin. Ja, wie du bist hier. Der ist ja unverschämter Emporkant. Sieht halt schon unverschämt aus. Ja, ja, frech. Frech. So. Ein Raffinesmo ist da drin. Dann haben wir ein Land. Okay, weiter. Das ist wieder eine Ebene, was wir noch vorhin auch hatten. Die Hand ein wenig hoch. Muss auf dem Logo sein. Das ist sehr schön. So. Ja, Majestru. Ja. Meins. Sehr schön. Aha, die Sparras. Abbruchhäder. Okay. So. Hm. Die Quäser. Okay. So. Okay, ich habe mal die Position. Hatten wir schon mal. Ja. So. Die Zonde. Das ist auch wieder eine Kommandokarte. Wusst ich. Erkennst du am Symbol. Ja, ja. Wusst ich. Okay. Die Leichenexplosion. Uh, der sieht auch schön aus. Heimtückischer Hele. Mhm. Dann haben wir eine weitverbreitete Lieberei. Der sieht auch geil aus. Ah, das ist auch cool. Ja. Nice. Und einen nächsten Schatz. Der Schatz. Gut. Ja. Liegt das alles am Schluss? Ich denke, es war gut. Ja. So, ich gehe mal ein nächstes Booster. Ich traue mich, die nicht so oft zu machen. Aber, also du als sehr großer Magic Spieler, kommunalimäßig, reißt ja schon viel Booster auf. Ich jedoch. Schon? Ich jedoch. Du willst jetzt nicht beschwören, aber habe sicherlich schon 10.000 Buchstaben in meinem Leben aufgemacht, wenn ich jetzt. Da hat man ein bisschen Übung. Mhm. Da hat man gesagt, du machst das so schnell und nichts passiert bei dir was. Ja, aber das ist halt Übung. Ich habe eben nur Angst, dass ich was kaputt mache. Die Chaos-Patrouille. Jemandem einheizen. Das hört sich halt auch schick an. Das würde ich jetzt, wenn ich, da gibt es ja diese Leute, die sich die Karte übermalen lassen und dann, ne? Das müsste ich sehen auf dem Bild. Jemandem einheizen. Das würde mir gefallen. Ja, da haben wir ja jemanden, der das sehr gut kann. Echt? 13. Kann die malen? Ja. Die, dessen Namen nicht genannt werden, obwohl 13 ist ja okay bei sie. Eine Raffinesse-Informantin. Okay. Informantin, ne? Starz-Dienerin. Der heiße Solist. Ja. Okay, Mädchen. Lauf bei den Fischen. Oha. Ja, man musste ja das noch ein schicker so. Ja, klamouröse, geächtete. Scora. Nice. Aber wie ein Amulett. Ja, die gibt es halt für jede Familie. Arwen, Herz-Durchstecherin. Ich habe jetzt Party Potter gelät. Ich weiß nicht, warum. Der Party-Polterer. Hallo, Michael. Leichenbächer. Das ist cool. Das, was in der Trau kommt. Das auch. Ja, aber der generell ist auch cool als Full Art. Ah, stimmt. Vorher war er nicht Full Art. Stimmt. Hat das generell cool. Maestro's Diabolica. Und jetzt kommt Tobiari-Stammbaum. Oha. Das sieht halt richtig schön aus. Das ist ein Pflanzendino. Ah jo. Steht sogar drauf. Pflanzendino. Ein Pflanzendino. Ich wusste einfach. Okay. Und ein Teufel. Teufel. Ne, Teufel ist gut. Cool. Weiter geht's. Also, Hashtag New Pflanzendino. Finde ich fast so gut wie Ding. Ne, ich hab einfach Einzelspielen, weil das so gut geht. Dann könntest du den Topf abschneiden. Jetzt ist es Upgang. Ja, du hast ja noch drei. Ja. So. Einen zerbrochenen Sarraf. Voll engel. Dirk. Dirk. Groß an dich. So, eine schnüffelnde Journalistin. Die Kala Kolumna, die rechte. Meins gesucht. Ja, da da klaut jemand was Wichtiges, sagen wir es mal so. Weeposten der Umnieter. Das ist die fünfte Familie, die wir noch nicht hatten, die wir warum auch immer im Deutschen umbenannt haben. Ich bin halb-halb. Ich bin zur Hälfte und zur Hälfte Umnieter. Von den Farben, die du spielen wolltest, ist, glaube ich, auch die Umnieter eher deine Farbe. Ja, wenn, dann wäre ich, genau, ich bin der so, ich spiele die auf die Fresse decken. Ja, prinzipiell haben sie da das schon gut benannt. Umnieter. Das wird auch mein Commander. Wald. Ein Schicker Wald. Sieht zwar nicht aus wie Wald, aber ja, okay, ein bisschen grün in der Stadt. Ja, gut, in der Stadt ist auch sonst echt gar nichts Grünes. Kabaretti amulett. So, dann haben wir wieder so ein schönes Land. Dann haben wir noch ein schönes Land. Die Pferderennbahn. Die ist immer in voll. Nice. Ja, die sieht cool aus. So, dann haben wir den Aufstieg der Umnieter. Das, was hier letztes Jahr passiert ist, aber gut. So. Oh. Echt cool aus, die Karte, ey. Ja, die ist auch richtig, richtig cool. Weil die, die sagt bei dich, sie kommt rein und macht dir zwei Schatz, also zwei Mana, prinzipiell, und jeder Zauberspruch, den du im Zug wirkst, der erste, wenn du einen Schatz ausgegeben hast, hat Kaskade. Das heißt, du wirkst, sagen wir, irgendwas für fünf, dann deckst du so oft die oberste Karte deiner Bibliothek auf, bis du was hast, das vier oder weniger und castest das mit. Hart. Okay. Cool. Das ist immer so zwei für eins. So sehen die Gala-Begrüßer ohne das Special Artwork vom Boxtopper aus. Okay. Da ist der Special für den Boxtopper schon besser. Oh. Ist Eltsbett. Ist Eltsbett. In Special Art. Das ist der Kommande. Das wusste ich. Eine, das ist der Key Kommande. Das ist der Key Kommande. Das ist der Planeswalker. Ja, komm, du kannst der Planeswalker nicht als Commander spielen, außer es steht unten drauf. Da erkennt man das so, das ist das Special Feuling. Oh. Auf der Rand. Hostile Takeover. Schön, dass die Englisch ist nach irgendeinem deutschen Booster. Die gibt es vielleicht gar nicht auf Deutsch. Möglich. Die ist geil. Die sieht schön aus. Mir gefällt das Feuling. Und ein Pisch. Das sieht so leicht aus. Ja, die Eltsbett-Künstlerin können wir auch gleich lieben. Bei Pokémon würde ich jetzt hier gehen, würde ich sagen, Knurra. Guck mal. Die Tobi. Die Eltsbett auch so gut, ja? Ja. Lieb ich die auch direkt. Kennt ihr Eltsbett auch Tobi, oder? Das weiß ich jetzt nicht, aber ich glaube, okay. Aber der ist doch. Das ist nett. Der sieht halt einfach hübsch aus. Alter. Keine Ahnung, vielleicht nur 20-Cent-Card, aber auch. Die ist echt gut. Die gefällt mir. Okay. So, das Eltsbett. Oh, da hat man noch einen Fisch. Der ist wichtig. Ja. Blub, blub. Blub, blub. Meine Blubbel. So, leckeres. Für mich. Freitag-Fühl-Elease hat jemand, der Fische gespielt hat, gewonnen. Echt? Ja. Du kannst die Fische nicht blocken. Wenn er also genug hat, rennt er dich mit Fischen rum. Dann kommt der Fisch drum. Bluch aus der Stadt, der Buckelgewächter. Das ist quasi der Bruder. Okay. Juwelendieb. Fuchs, Katze, Fuchs. Katze Räuber. Ja, da steht es. Fressloch, Lomme. Virtuose Illuminator. Knicklichter. Das sind keine Messer, das sind Knicklichter. Früher gab es die Cyblocke. Queser Agurin der Qualen. Das kommt wieder. Das wollte ich gerade sagen, das sehe ich doch am Zeichen. Ebene. Die Länder sind schon neu. Ja. Der Botanische Park. Bei den hatten wir jetzt schon ein paar Mal. Das stimmt. Brokers Amulett. Hafenfädel hatte man auch schon. Der Schatzlepper. Ah, sieht echt cool aus. Ja. Viele Fahrzeuge. Hyptische Verfolgung. Uh. Eine Verzauberung. Exfiltrationsspezialist. Geatur, Mensch, Räuber. Portalzerstückelung. Und jetzt, der Erpresserschwergewicht. Hm. Ogerkrieger. Wer hätte es gedacht? Infolge eines Schatzengels. Ja. Neues. Okay. Okay. Sechs passen. Hashtag Erpresserschwergewicht. Ne, Hashtag, Fields of New Capanna, New Capanna, was auch immer. Erpresserschwergewicht. Den finde ich gut. Die Qualität der Magic-Karten ist halt einfach super. Kann man wirklich nicht mehr gerne. Leider Gottes nur bei uns. Echt? Also in die japanischen, es gibt halt drei Druckereien, eine in Amerika, eine in Belgien, eine bei Japan. Die japanischen haben mit die besten Qualität. Dann kommen wir und wenn du mal amerikanische Garten in der Hand hast, die sind hinten rauf. Da denkst du jedes Mal, dass du irgendwie eine... Schmeichel-Papier. Ja, und du denkst halt, dass es nicht echt ist. Okay. Das haben wir festgestellt, als es diese Promopacks gab für die Gewinner, als die eingeführt haben. Die sind in Amerika gedruckt und da hat man ganz oft, was zum Teufel haben wir da in der Hand. Der verächtliche Hieb. Stadtgärtner. Ja. Gibt es so viel in der Stadt. Gebelatzt der Deal. Mal nochmal einen Preiskampf. Nicht ablehnbares Angebot. Schmeiner. Friedhof. Die sieht es sehr schön aus. Die ist echt sweet. Wow. Vorarbeitung. Oh, siehst du, wie lange schaum? Bisschen. Nochmal der Engel. Der zerbrochene Engel, Sarah. Ja. Oh. Sieht auch cool aus, ne? Ja. Wie kaum Mella. So. Ein Entwölker. Okay. Eine Hexerei. Smash Removal. Genau. Macht alles kaputt. Also alles in der Tour. Wusste ich, wusste ich, wusste ich. Alles kaputt, Marat. Extravagante Replikation. Hm. So. Der Tumult. Die Aufheizerei. Hm. So, dann haben wir... Baras Hauptquartier. Der Benni Brax. Den hatten wir schon. Der Zohologe. Den hatten wir schon. Der ist, wie gesagt, der ist cool. Der Dr. Dudel. Und noch ein Teufel. Ein Teufelchen. Mit einem Zauberer auf der Rückseite. Sind nicht immer die... Also die Tokens sind nicht immer gleich, ne? Mit vor und Rückseite, oder? Das habe ich schon gelernt. Es gibt ja auch mindestens fünf Artworks für Schätze in diesem Set. Okay. Irgendwie für jede Familie. Ein anderes. Das ist immer irgendein Kelch mit diesem Halo drin, weil das die Zweitwährung ist, nennen wir es mal so. Gebrochene Flügel. Mörderische Wettstreiterin. Geistreiche Röstmeister. Für Schuldigen. Kabaretti-Amulett. Nicht ein Special Artworks. Das sieht es normalerweise aus. Ich nehme es ja so, ist okay. Die Bürgerbrechstange. Aha. Da möchte man doch leben, oder? Wahnsinn. Das ist, äh, oben die der Amulett. Recht bald. Oder hier. Himmelsbrückentürme. Maestros Amulett in Foil. Uh, das ist cool. Wusste ich. Die Karte ist richtig, richtig cool. Raffinessturm. Ich wusste es. Das ist ein Land. Das ist ein Triom. Die neuen Triome sind hier drin. Das ist halt ein Land, das alle drei... Das drei Farben macht. Und auch alle drei Basic Types hat. Das heißt, du kannst drauf fetschen. Fetscht mal auf das Land. Rattenflut. Der Schatzschlepper in Non-Foil. Den hatten wir vorhin nicht. Gesandter von Thea-Thora. Ja. Hat er Mjolnir oder was? Das nicht, aber Thea-Thora ist praktisch, ähm... Die Feppen von den Umnitern. Uh, die sieht richtig aus. Ich kann Dissens... Aria, ja, ja, ja. Ist das ein geiles Foiling. So, Top-Loader? Hier folgt vom... Der darf nicht fehlen, der Fisch. Der Fisch. Flup, flup. So, dann haben wir einen Leichenentsorger. So. Todesschuss. Noch ein Haftspiel. Fisch. Eine Art Rittisch-Hüttemberg. Okay. Galerie der Gauna. Also, Polizeifoto. Ein Aktenkoffer des Kuriers. Noch eine Insel. Die hat man noch nicht. Wizards, Artworks. Einfach füllen. Komm hoch. Du bist der Orpheo der Felsen. Mhm. Die hatten wir schon. Die hatten wir schon. Uh. Was ist los hier gerade? Die La Grella. Ja. Cool. Das ist praktisch so eine, die sich tatsächlich zu den Fischen schickt. Das so sieht so aus. Ich weiß nicht warum, aber ich würde einfach... Mach einfach. Du hast halt ein Portal-Zerstück gelungen. Die hatten wir schon, ne? Mhm. Wobei die auch richtig cool ist. Der Luftstraßenräuber. Angriff auf die Baustür. Vollart. Hm. Die müsste so goldvoll sind. Aber das sieht da richtig geil aus. Das ist auch richtig Geld wert. Das ist voll. Leute, das ist voll. Das ist ein voll-Trium. Das ist ein voll-Kriegstrium. In special art. Genau. Darum feile ich. Ich nehme dir das mal ab. Ja. Und schlief das und top-load das. Ja. Ich habe schon das Gefühl, sie kriegt gerade ein bisschen schwitzige Hände, die liebe Nele. Das war so gut, was man hier getroffen hat. Und zwar. Ja. So. Schreller. Geht's ja ab. Mhm. Da waren jetzt schon echt ein paar coole Sachen dabei. Bin sehr gespannt. Übrigens, mit unserem Zeitplan, das hat nicht funktioniert. Aber das war einfach wichtig, wie du guckst. Das ist ja schlimm. Falls ihr noch hier seid, das ist ein extra langes Video, weil die Nele hat da ja schließlich auch was Gutes dafür getan. Und da kann man sich hier auch mal ein bisschen Zeit lassen. Ihr schaut das fertig. Tod vortäuschen. Ja. Offenbarung der Macht. Versteck der Brokers. Sieht da geil aus. Ja. Zunehmendes Getränke. Mhm. Illegale Lieberung. Was sind die denn so laut da draußen? Ceremonieller Spaten. Der Sumpf. Die Lagrella. Nochmal. Die hatten wir schon. Sparrers. Die Aburteile. Was wird das denn? Uh. Masked Bandits. Put it on the side. Schwarzmarkt Tycoon. Der Echte. Oh. Ja, das ist ein Schmucklerwagen. DeLorean. Holy. Werkstatt Kriegshäuptling mit einem goldenen Schlüssel. Und Sparrers Hauptquartier. Normo halt nicht in foil, aber halt. Ich habe ihr die bessere Packs Cap heute. Ist okay. Hast du die letzte Karte irgendwie ignoriert? Die dreifarbige Ampel. Nein. Das da. Ja, die dreifarbige Ampel. Sorry. Die hast du ignoriert. Die hast du irgendwie gerade ignoriert. Die dreifarbige Ampel. Das ist die dreifarbige Ampel. Die dreifarbige Ampel. Macht halt drei Farben. Die teert auch um drei Farben. Das ist lustig. Dass es halt zu merkwürdig ist. So, das ist deine Last-Pagmatic. Herzlichen Dank. Ja, wir sind gespannt. Sind jetzt auch nochmal so dreifarbige Ampel. Holo, Altart, Mitte. Los. So. Der Carpenna-Express. Mit der Hopfors-Express. Mhm. So. Barkeeper. Der Frau ist noch ein Dammstück wieder. Kräftemessen der Rausschmeister. Die Kötig-Boxerei, oder? So. Ein Profi anheuern. Habe ich heute getan. Oh, ein Gebirge. Oh, das hat man so noch nicht. Nice. Ja, das ist praktisch die Stadt. Sie macht die Beitron. Nice. Cool. Das ist die Stadt. Prinzipien. Perna. So. Diszipliniert der Du-Land. Die Stadt-Bappenstadion? Station. Station. Schlosser. So. Der Verbrochener-Serra. Das ist das. Der verfolgt und freut. Oh, noch eine. Noch ein. Feierland-Ding. Genau. Ich hab's heute auch noch nicht. Parkhöhen-Einzelgänge. Der sieht cool aus. Ja. Der sieht echt cool aus. Eine Krake. Okay. Und? Weißglühende Arie. Arie nochmal. Und dann haben wir die Gala-Begrüßer. Und... So. Last Pack Magic mit diesem Hitpick. Ihr Lieben. Hashtag New Capanna. Und die Karte, die ihr wollt, bitte. Foil. Nicht Foil. Verity dazu. Altart oder nett. Coolart. Sollten wir ihn wissen. So. Wir kommen zum Schluss. Himmlische Regulatoren. Stadtbahnstation. Der Zeugenschutz. Inspirierender Aufsteher. Den hatten wir aber nicht. Der sieht auch neu aus. Auch wieder in Foil eng. Ja, wusste ich. La Crella di Elster. Verratzen. Verratzen, oder? Verratzen. Insel. Die müssten mal verarzt werden. Ah, die Gweser. Die hatten wir schon. Die Pferde drin waren. In Non-Foil. Oh, wieder so mit diesen... Saloppe Nachtschwärmer. Der Heiko nicht. Egal. Akane Beschuss. Nichts Neues. Die ist richtig cool. Echt? Erfindungsreiche Verteidigung. Der Akane Beschuss. Ja, den hatten wir aber schon. Ja. Das ist was von der Reste. Der Aktenvernichter. Und? Inferno in Fesslung. Und... Ginny Faye Jetmears Stellbetretenderin. Die ist auch cool. Das weiß ich. Die Ginny Faye Jetmears Stellbetretenderin. Die ist was? Ein F-Truide. Aber was? Also, das heißt einfach, dass du rot oder grün bezahlen kannst. Ein grün und dann eins grün oder weiß. Also kannst du rein theoretisch in komplett grün bezahlen. Ist mir schon aufgefallen, dass das Set sehr multi-color-lastig ist. Es ist halt dreifarbig, weshalb sie auch alles, was man irgendwie dreifarbig machen konnte, auch dreifarbig gemacht haben. Was sie sagt. Also, ihr Lieben, ich hoffe natürlich, du hattest Spaß. Ja, ich hatte Spaß. Wir sind für die, die alle, die das Video jetzt schauen und sich fragen, wann gibt es mehr Magic. Wenn ihr das seht, ist Donnerstag und dann ist nächsten Donnerstag ist ein Magic-Stream. Ja, das habe ich mir auch gesagt. Wir sind wieder dabei. Da gibt es wieder so cooles Zeug. Weil ich habe da noch ein bisschen was und das muss und dann von den neuen Zoll ist nochmal einfach dazu. Und da gibt es Magic. Ihr Lieben, wir sind raus. Dankeschön, dass du da warst. Dankeschön für deine tatkräftige Unterstützung. Und Hashtag New Capanna, die Karte mit, ist mir egal, Artwork, Rarität, wie sie glitzert. Aber schreibt es dazu. Und das wird am Montag, kommenden Montag, ausgelost. Dann sind wir raus. Das ist der 2. Mai am Montag. Nutzeln wir nochmal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, die Nenna hatte Spaß. Ich hatte Spaß. Immer wieder gern. Ab jetzt vielleicht öfters mal zum neuen Magic-Release. Vielleicht setzt ihr dich öfters mal hier hin. Ja, ich würde mich freuen. Das werden wir sehen. Okay, dann sind wir raus. Ah, dann mache ich weniger das eigene Bust auf. Das wäre es. Das ist der Grund, warum ich nicht sitze. Ihr seid raus. Glocke, abonnieren, ihr wisst. Kommentare, wir sind weg. Und Jenny, Faye. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020